Hallihallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer weiteren Folge Eurotracks 100.2 in der 1.42 Beta, während wir heute mit dem Volvo und dem Feldbinder Silo-Auflieger mal eine kleine Runde drehen. Ja, wir haben den Volvo mit Mirror Camps ausgesucht. Ja, warum nicht? Denn, ja, ich denke mal die Spiegel sind Auslaufmodell. Früher oder später, Wurzelpeter. Aber ihr könnt es gerne in den Kommentaren reinschreiben, ich gehe davon aus. Bevor wir anfangen mit welchen Gutmaßungen, gebe ich erstmal wieder ein Küsschen. Wir machen das Licht an und werden jetzt mal ganz gemütlich losfahren. Ah, schön. Ah, guckt euch mal an. Also, ich muss wirklich sagen, dem Volvo steht das ziemlich gut und ich habe mich daran gewöhnt. Naja, nicht alle haben sich daran gewöhnt, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es gibt noch den einen oder anderen Hardcore-Fahrer, der Spiegel definitiv liebt. Das ist ja auch ganz legitim. Aber ich glaube, in zehn Jahren, warte, so ab Akta, auch mit dem Schalten oder Nichtschalten, wir werden uns daran gewöhnen. Wir werden uns daran gewöhnen. Wir werden uns daran gewöhnen. Wann ist denn die Beta zu Ende? Das weiß nur SCS. Vielleicht ist es ja schon, wenn ich den Video hier mache, schon wieder vorbei. Ich nehme es ja am 17. auf. Und, ja, was bis dahin ist, das weiß nur SCS. Aber erstmal wissen wir, wir einen schönen LKW-Zug haben. Das sieht doch herrlich aus. Ich finde das mit der Lackierung richtig nice. Ich wusste gar nicht mal, wer ich den LKW aktiviert hatte. Aber es ist ja eh alles ein bisschen still und stumm. Oft ganz gemütlich. Und das ein oder andere Mal sehe ich sogar den neuen Volvo. Bloß eins fällt gar nicht so gut auf. Ich will ehrlich sagen, fällt nicht so auf. Nur Tagverlichter. Und ich denke, von innen, das wäre, ja, eine schöne Sache. Aber wird mein Standard-LKW nicht ersetzen, der Volvo. Also Standard-LKW, die kennt das, ist ja bei mir immer noch Scania. Aber ich will nicht immer nur Scania fahren. Ich will auch mal was anderes hier, in Kedenzen, unterwegs sein. Und momentan ist es dann immer so, zwischen Mercedes, Volvo und Scania reihe ich mich so ein bisschen ein. Ja, bei den anderen LKWs, nein, ist es auch nicht. Irgendwie haut mich das manchmal nicht so vom Hocker. Den RJL, da werde ich nächste Woche ein bisschen was bringen. Wird ja auch immer wieder mal gefragt, vielleicht eins bei mir zu machen. Aber, aber, so hundertprozentig, kann ich euch das noch nicht besprechen. So, eins sehen wir, dass wir hier eine Umleitung haben. Äh, aber nicht, wenn ich hier ein Video mal. Sö, jetzt so nicht. Ja, jetzt fällt ihn ein. Ja, einfach mit der Straße absperren. Ich weiß gar nicht, was da war. War da irgendwas? Werden wir vielleicht nur sehen. Oh je, Mini, Maximum. Das gibt wieder, das gibt wieder, Anzeige jetzt raus, ne? Naja, aber, das ist alles schon so ein bisschen, seit ich so takte, wir haben ja 250 Kilometer, dann hätten wir da wahrscheinlich wieder 100 Kilometer in die Richtung und wieder 100 Kilometer zurück. Ja, 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 das, ähm, lassen wir einfach mal so. Bin sowieso am überlegen, wie wir 2022 mit dem ganzen Video-Content da weitermachen. Äh, hm, ich hab mir da... Manchmal mach ich mir da so ein paar Gedanken, aber... Das weiß ich selber noch nicht, aber ihr könnt gerne mal reinschreiben, ob man denn noch mal die Video gemacht hat. Ich denk mal schon, ne? Wie viel sieht das schön aus? Wie ich das alles mit der Zeit in Kriege und, und, und. Das sieht nicht herrlich aus. Verdammt. Ui. Äh, da war jetzt, äh... Pffuuh. Das war ja wieder... Loop an Anerkennung. Ich hab voll reingerauscht. Ah, ey. Muss ja auch wieder sein, ey. Unfallaufnahme. Also, ich bin ja nicht schuld, ne? Oder? Boah, shit, ey. Ja. Warum muss mir das immer wieder passieren? Wollte erst mal gucken, wie ich das alles wieder, äh, gerade kriege. Ah, verdammt. Wollte eigentlich nur ein bisschen gucken. Alles am los. Oh je, oh je. Ja, ja, ja. Jetzt noch mal Anzeige ist raus. Ja, ja, ihr könnt wieder euren Springer-Zähler neben ihr. Und zählen, wie oft ich umfälle mache. Ui, der ist aber ganz schön angeschlagen. Eieieieieieiei. Läuft ja wieder. Mann. Witzkatz hat sich auf jeden Fall only erschreckt, ey. Naja, was soll ich jetzt machen? Ne, ich bin manchmal so am überlegen, wie machen wir das alles so sagen. Wenn ich jetzt rückwirkend mal schaue. Die letzten Wochen. Ich hab ja wirklich... Das ist eben verdammt wichtig. Man muss auf YouTube, wenn man streamt, aber auch auf Twitch eine gewisse naja Fanbase würde ich jetzt nicht sagen, aber Leute, die ach doch, wir sind ja richtig die regelmäßig dabei sind. Also die Leute, die sich dann den Content unabhängig vom Euro Truck im Monat anschauen. Das ist definitiv eine schöne Sache und darauf freue ich mich, dass ich auch manchmal in der Nacht um 1 noch 50 oder manchmal sogar noch knapp 60 Leute die Far Cry zu das ist extrem cool. Ja, und das freut mich, weil ja ich auch immer so überlegt habe, naja, wie machst du das? Machst du das mit einem Zweitkanal? Aber durch das neue Update auch von OBS hat er die Befindlichkeiten, dass man jetzt den Kanal habe ich in OBS mit eingebunden. Ich müsste das jedes Mal wieder rausnehmen, dann den Livestream vorbereiten oder OBS vorbereiten, aber da bin ich nicht so ein Freund davon. Ich mache das weiter neu bei Studio, aber das mit einbinden, dass man da auch den Chat sieht und wahrscheinlich irgendwann mal bei YouTube und OBS haben ja eine Kooperation, da vielleicht noch mehr Sachen mit einbinden wird. Also da wird bestimmt die nächsten zwei Jahre noch einiges kommen, so was YouTube so noch plant und somit ist das so eine Sache, ich wusste es nicht, aber habe mir schon was vorstellen können, dass vielleicht OBS mal irgendwie als Partner mit an den Start kommt. Macht natürlich Sinn. Ach, das finde ich auch cool hier mit den beleuchteten Dingern, ne? Das ist schön, wenn du in der Nacht die lang fährst, herrlich. Das sind so Gleichigkeiten, die ja immer so ein bisschen bleibt. Ja und, na, war es wahrscheinlich doch die richtige Entscheidung, das alles auf einen Kanal zu machen, weil ich bin ja so schon manchmal durch eine Nähmung, habe ich manchmal Livestream gestartet und dann ist der auf dem falschen Kanal gelaufen. Ja, man ist dann irgendwann mal ein bisschen durcheinander, weil er kriegt alles mit einem bisschen zu Zeitverzug und Abwaltplatzplan, ihr kennt es. Ja, ist aber nicht gut für den Kanal, wenn man vorher, ehrlich sagen, sagen wir mal 150 Zuschauer hat und dann hat man nur 50 oder 60. Ist nicht gut, aber, ey, wir haben das alles durchgespielt. Oh. rollen lassen. Man geht nicht aus. Ja, und das würde bei den richtigen Spiegel nicht passieren. Das glaube ich nicht. Er wurde ja weiter über Batterie laufen. Oder er wird auch wahrscheinlich eine Notfallsache sein, oder? Dass die dann trotzdem laufen. Klar, muss ja. Weil du kannst ja auch, wenn du hier hinten liegst, in der Koje, kannst du ja bei den, wir sind ja auch beim MN, definitiv, und bei dem Erzähl das auch, kannst du anmachen, ob jemand irgendwie an deiner Plane, ja, weil du kannst jederzeit rausglotzen. Das ist ja, oh, das ist ja beim Spiegel nicht so, wenn du deine ganze Logie hier zugemacht hast mit den Gardinen, dann kannst du ja nicht rausgucken, dann musst du ja jedes Mal aufstehen und gucken, was ist. Aber so kannst du mal gucken, ey, was war gleich, na, machst du schnell an, klack, ach, so, alles klar. Da hat der Nachbar wieder gegen das Interaktiv gebetet. Das ist schon eine schöne Sache. Wenn man über die Mirocamps vielleicht noch zocken kann, weiß ich nicht. Mal halt ja da hinten auf dem Fernsehen. Was sind da eigentlich für ein guter Wartenvolumen? Weil ich habe ja manchmal wirklich LKW-Fahrer, die sich ja einen Livestream angucken. Was haben die denn von der Handyverträge? Ist das extra für Trucker? Handyverträge? Warum war mein Handyvertrag noch mal ändern? Was mache ich alles? Nächstes Jahr will ich da negieren. Das, was ich habe, das ist mir zu wenig. Ja, bis ich mir auch bin, dabei habe. Da sagt er mal, dein Datenvolumen ist aufgebraucht. Naja. Ist manchmal so, ne? Ach, da bin ich da hinten nur ein bisschen reingefahren. Wie stört mich das ein bisschen? Das Kilometer noch. Wer gleich da? Rülf, ja. Er ist halt Spanien, ne? Spanien hier mit ihren ganzen Autobahnen. war das so einfach mal schnell hier lang. Und wir werden aber hoffentlich noch dieses Jahr zwei Strecken hier, Straßenstrecken hier in Portugal und in Spanien sind. was mit der Überarbeitung von Österreich und der Schweiz wird das noch dieser kriegen. Na schon. Und lasst euch nicht irgendwie erzählen, dass irgendwo ein neuer LKW oder sonstige Sachen, es gibt keine Information, also sind jetzt die einzige Information, die mal getätigt wurde, ist, dass der DAF noch eine FX oder XF. Ey, wüsst du mal, die meine? Ja, von dem Ende sollte da nochmal kommen. Kleinen Fenster an der Tür, einer Beifahrertür. Aber was daraus jetzt landest, keine Ahnung. Ja, ja. Hier, die Firma, die gerade war hier, die ums da. Da bin ich ja mit der Lackierung mal rumgefahren, hat irgendwie hier nochmal so mental gelassen, wie ich das unterstütze, das Hals am Schneider Firma. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht in jeder Firma da rein, bis ich wie die Firma mit den Mitarbeitern unterwegs ist, habe ich auch keine Ahnung. Ja, das ist auch nicht meine Aufgabe, mich da sehe ich es jetzt einfach mal da jetzt komplett herauszunehmen oder das alles nachzuforschen. Mitarbeiter da sich behandelt fühlen und dann müssen sie das dem Unternehmen klären. Und heutzutage ist es ja so, dass Lkw-Fahrer gesucht werden. Ja, ich denke auch, man hat das gesehen mit dem England den ganzen Problem, dass sie da keine Lkw-Fahrer kriegen, nicht mal die aus Polen sind darüber gegangen, dass sie schon irgendwo sagen können, ich fahre das und das nicht. Und man muss auch eins immer wieder im Hinterkopf behalten, jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich. Klaas ist, muss es den einen oder anderen Trucker geben, der das macht. Aber ob du das machst da draußen, das ist deine Entscheidung. Viele Entscheidungen, die ich auch damals selber für mich getroffen habe, waren nicht die richtigen. Ich hätte durchaus mich in der Schule mehr bemühen müssen, um vielleicht schon früher einen Job zu haben, der mich wo man alt werden kann. Ja. aber ich habe nur mal einen Umweg von 17 Jahren oder 18 Jahren gemacht. Fünf Jahre Bau, fast zwölf Jahre Bund. Ja. Ist halt so, ne? Heute mit dem Unfall hier ist das echt bescheiden, aber wir sind ja eh gleich da. Dann können wir jetzt nochmal einpacken. Ich bin ja mal gespannt, wo wir jetzt anfangen. Aber wie gesagt, jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich. Nicht jeder hat diese Voraussetzung Arzt zu machen und 100.000 Euro im Jahr zu verdienen oder noch mehr. Das auch nicht. Nicht jeder, der im Internet hier was macht, hat die Möglichkeit, da ordentlich durchzustarten und davon zu leben. Ja, ich mache das auch nebenbei die Option, weil gerade die jüngeren Zuschauer ja manchmal so eine Flausen am Kopf haben. 0,3% der ganzen YouTuber, Streamer oder was es sich, die eventuell weil die davon leben können. Ja, also Hunden davon leben können, aber nicht alle kommen mit dem vermeintlichen Ruhm richtig klar, ne? Das soll ich auch sagen. Einige gehen daran krachen. Haben auf jeden Fall so viel Geld, wo sie dann sagen, was ist da los? Da wird jetzt um und dann um sind die körperte Autos und das und das Geld weg und der Hype natürlich dann auch oder ändern sich quasi. Jeder ändert sich sowieso im Laufe der Zeit. So wie ich jetzt bin war ich vielleicht vor zehn Jahren nicht. Weil ich noch ein bisschen aufgedreht da bin. Aber ich bin ja auch noch aufgedreht da. Aber man ist ruhiger geworden. Das ist auch viel gefallen. Ja. Aber der kleine Spinner kommt ab und zu raus. Hahaha. Bro. Kann ja nicht so verkehrt sein, so wie ich bin. so. Ach, herrlich. Jetzt. Hä? Weil ich eine Nachricht hier über Dings gekriegt hier. Microsoft. Einige ist das alles in Not. Bei all Christi Nachrichten. Jetzt mal mal gucken. Kann sich irren? Ja, ich muss jetzt hier hören. Wird jetzt nicht mal ausgehen. So, dann gucken wir mal, wo wir unseren Aufflieger abstellen dürfen. Ich würde den jetzt wirklich mal richtig einparken. Ich denke, ihr habt ja abgewirkt. Ich doch nicht. Das ist Automatik. Gucken wir noch nie ab. Das Verlangen. Steht hier ein Camper. Lumpen. Drinnen? Oder soll es einfach nur sein? Okay. Oh, je, je. Die Leute werden denken, was ist das für ein Trottel? Kann ja gar nichts. gleich mal rein in den Camper, ne? Naja, ich bleibe auch mal frei wirklich in den Camper so rein. Nein. Ich sehe gar nichts. da hat sich das eh nochmal zu spät zurückgelenkt. Ah, ich kurbel einfach viel zu viel. Halten Kurbelmeister. Hä? Ja, die klingt gar nicht so groß. hat sich hier der Bremsele lösen. Ach, ich sehe auch schon nicht mehr durch. Mann, Mann, Mann. Ja, komischer Unfall gewesen. Auffahrunfall mit einem LKW. Ja, das ist passiert. Aber ich hoffe, ihr konntet euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Ach, ne, das ist typisch Maximus. Aber, falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ihnen gerne ein Däumchen geben oder für diejenigen einige schöne, spannende Spiele hier geben noch dieses Jahr auf meinen Kanal und nächstes Jahr geht es richtig rund. Deswegen, lasst ein Abo da, wer es noch nicht gemacht hat. Ich bin raus, wünsche euch was. Bye, bye. bis dahin. Okay.